Bewegung für mehr Bewegung Die Aktionswoche vom 4. bis 10. September 2023 So hilfst du mit, die neuen Bewegungsempfehlungen in der ganzen Schweiz bekannt zu machen. Wir haben eine Bewegungs-Challenge pro Tag ausgewählt und für Social-Media-Kanäle aufbereitet. Diese kannst du als HEPA-Partner täglich auf deinem Social-Media-Account posten und so dazu beitragen, dass deine Follower sich bewegen. Alle Informationen und Materialien, die du dazu brauchst, findest du auf HEPA.ch slash Aktionswoche. Hier sind alle Maßnahmen für die Aktionswoche zum Download wie Plakate, ein Erklärvideo und die Posts für Social Media. Am besten du machst gleich selbst mit und teilst deine persönliche Bewegungs-Challenge unter Hashtag Jede Bewegung zählt. Weitersagen ist erwünscht Nutze dein Netzwerk und animiere weitere Organisationen und Partner an der Aktionswoche teilzunehmen. Du willst noch mehr tun? Ganz nach unserem Motto Jede Bewegung zählt, kannst du als HEPA-Partner auch eigene Aktivitäten einbringen. Ob ein Yoga-Nachmittag im Büro oder eine Schnitzeljagd im Team, einfach loslegen und deine Aktion teilen unter Hashtag Jede Bewegung zählt und auf all deinen Kanälen. Schaffen wir gemeinsam eine Bewegung für mehr Bewegung. Mach mit bei der Aktionswoche. Herzlichen Dank für deinen Einsatz.